Jaja Weißt du, was das Schlimme ist? Was ich so schlimm finde da dran? Dass das alles du bezahlst. Wenn du dir Brot kaufst, zahlst du das im Endeffekt. Was weggeschmissen wird. Egal was, bei allen Lebensmitteln ist das das, was zu viel bestellt wird. Wir haben zum Beispiel heute, ich weiß auch nicht wie es das gibt, aber wir haben heute drei Kisten Toasted gehabt. Die waren alle noch im Datum. Die haben alle im Mai, erst im Mai Abfall, also im Mai Verfall Datum. Also nicht Verfall, sondern MHD ist halt dann abgelaufen. Aber die haben drei grüne große Kisten voll gehabt. Das verstehe ich nicht. Haben sie wieder irgendeine Fehlplanung gemacht. Genauso wie wir insgesamt zwölf Kisten Bergkäse gehabt haben. Das ist eigentlich gar schlechter Käse, der stinkt teuer. Auch noch in der Zeit. Das verstehe ich nicht. Da habe ich nicht geschommen. Na mach ich nicht. So weit ist das nicht. Komm. Der hat es geschafft. Ich Koren, also darf es nicht ihr sein. Das ist ziemlich wichtig, dass ein Tim Purple sein. Ich schaue dir. Das ist ein Timpeng. Das stimmt. Du kannst du nicht für dich. Das ist ein Timpeng. Ich schaue ihm. Ich schaue ihm, wenn es im Moment nicht zur Verfügung ging. Okay. Das ist etwas Besonderes. Fast schon klar, der Wind das weg ist. Das hat nichts für einen Geist drin, den 335er. Fast schon klar, der Wind das weg ist. Fast schon klar, der Wind das weg ist. Fast schon klar, der Wind das weg ist. So, gut. Dann werden wir das einmal umbauen. So, der Wind das weg ist. So, ich bin ein bisschen nach dem Wind. So, ich bin ein bisschen nach dem Wind. So, ich bin ein bisschen nach dem Wind. Vielen Dank.